Guten Morgen Leute und es ist wieder Zeit für Parodios. Passend natürlich wieder vor der Arbeit, aber mein Gott, so versüß ich mir wenigstens den Arbeitstag. Wo waren wir? Ich weiß es nicht. Wuhuuu! Boah, Alter, als ich heute früh aufgewacht bin, hab ich gedacht, ich seh nicht richtig, als ich in YouTube gegangen bin. Das Kanal-Design ist ja ganz anders. Naja, wem es gefällt, sag ich mal. Hey, fliegendes Sexspielzeug. Wuhuu! Und essen! Ja, ich bin viel zu schnell. Plugs! Uah! Scheiße. Weg, 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 weg! Pfff! Oh mein Gott. Was zum Teufel? Ein Hafen? Fein zu. Die Erde! Zu viel los auf dem Bildschirm! Ich bin viel zu schnell. Ich komme mit der Kontrolle gar nicht mehr nach. Jetzt sag mal, willst du mich verarschen? Dieser Scheiß-Hasen! Leave me alone! Ich popp-puff gleich! Was erschießt mich da? Mein Männchen ist einfach viel zu schnell. Das ist einfach wirklich, ich glaube, ich sollte mich wirklich einmal umhauen lassen. Ja, allein wenn ich runtergehe. Ei, 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 ei. So, ganz ruhig. Kaninkel! Riesiger Hammer! Der nicht kaputt geht, außer ich. Geht doch alle kaputt! Oh Gott, also hier passiert mich grad schon wieder zu viel. Ei, 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 ei! Scheisse! Scheisse! Scheisse Frontal Crash! Wohuhuhuhu! Oh, 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 oh! Scheiße. Uiui, das wird ein Spaß. Was war denn das? Drogenhasen! Ua! Ich sollte das nächste Mal nicht mehr so früh spielen. Danke. Die wartet schon die ganze Zeit. Aaaaah, so viel! Was, was, was? Ja, das brauche ich jetzt. Kommt da ein Boss? Ja, genau. Wuuuuh! Ich versteh kein Wort. Er lässt da drüben Hanfpflanzen sind, würde mich das nicht wundern. Die Dinger kann man nicht erschießen, oder was? Schön, dass ich die Rohren einfach wegschieße. Ich will nicht auf Arbeit. Scheiße! Stirb! Franke, meine Fresse! BTF! Tschüß! Ja, das ist... Ich bin erstens zu schnell und zweitens noch zu müde. Das ist ja mein Über-Fail-Part heute. Ja, Fischis und Grüne! Nein, Kloche, hierher! So mag ich das! Diese patriotische Adler! In einem japanischen Spiel! Fuck! Ah, nein! Ist nicht der Glock! Megafon! Warte, Musik ist cool! Toll, das Megafon hat mir sehr viel gebracht! Deswegen bring' ich mich gleich mal um! Puddle! Puddle! Hui! Aaaaaaah! Leck! Okay, dann bitte bleib! Bring's mir nix! Ach, Mann! Ich bin wirklich viel zu schnell! Was zum Teufel! Lass mich... Oioioi, jetzt wird's glücklich! Was zum? Alter! Was wollen denn die jetzt? Wenn ich hochgehe, gehe ich schon zu weit hoch! Do not want! Do not appreciate! Ich find diese Pinguine so knuffig! Und ich find meinen Tod nicht knuffig! Ich find meinen Tod nicht knuffig! Naaaaaah! Ah, 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 ah! Nein, es war so... Es war grad so gut! Es war... Es war... gerade... So... Gut... Darf ich jetzt mal... Nicht sterben! Ah, ich könnt kotzen! Mein Männchen ist viel zu schnell! Oh! Genau! Sonst geht's aber noch! Hallo! Okay, die Pinguine da hinten find ich jetzt ziemlich witzig! Karaoke! Oh Gott, die ist der knuffig! Das sind ja schon die kreischenden Girls! Ahhhh! Puh! Und die kreischenden Jungs! Und mein Tod! Und mein... Verfickter! Verdammter! Verdammter! C-C-C-C-C-C-C... Hhhhhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhh! Haben wir's jetzt mal! Scheiße. Aha, ein Boss. Oder auch Licht. Ja! Bubble! Huh! Ähm, da zeigt jemand sehr viel Bein, was? Ja, und was will die jetzt von mir? Scheiße! Boah! Durchgekommen. Muss ich auf die schießen oder so? Oh! Es laggt schon wieder so schön. Haha, Win! Was zum Teufel? Ist alles in Ordnung? Äh... Ah, ich verstehe. Ich hoffe, ich verstehe. Ja, sch... Ah! Juhu! Hammers! 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 Ah, weiter geht's. Meine Güte. Ich glaube, aber den Teil mache ich erst nach der Arbeit, weil ich muss jetzt mal langsam los. Ja gut, wir sehen uns später, Leute. Bye, bye! knew we were in completa bei. Vielen Dank.